Bayerische Meisterschaften, verbaut über 80 und über Koppik. Zuerst haben wir die 95 an Isra Masin vom SCC Dingolfing. Dann haben wir die 96, der Uwe Michael ebenfalls in SCC Dingolfing. Dann haben wir die Standnummer 81 an Tobias Karpner vom SCC Gartal. Dann haben wir die 858, der Lutz Schumann von der Redstadt. Dann haben wir die 566, der Christoph Bischof vom SCC Bandera. Dann haben wir die Eintracht. Und das letzte haben wir dann noch die Standnummer 84 an Böden nach Florian vom SCC Grüntal. Musik 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 Ich weiß es am Felix, der Tabas ist. Ich tue die Schürze und die Hütte aus großartig. Das ist mit der 180 C-Vlogge beginnt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020